Im Rahmen des Hackathons Wir vs. Virus der Bundesregierung hat das Team dieses YouTube-Kanals namens Morpheus Tutorials an der Plattform e.edu gearbeitet. An diesem Projekt haben über 40 Entwickler und Entwicklerinnen mitgewirkt. Sie alle haben von dem Projekt auf diesem Kanal erfahren, denn der Kanal richtet sich an IT-affine Menschen. Das Wissen ist für alle offen und kostenlos zugänglich, ebenfalls unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht oder sonstigen Faktoren. So war es uns wichtig, eine Plattform zu entwickeln, welche eben jene Ideale auch verfolgt. Sie sollte zudem sicher sein, daher werden alle Services aktuell auf einem Server in Deutschland gehostet. e.edu bietet eine kooperative Plattform zum Bereitstellen und Üben von Schulaufgaben. Lehrer können intuitiv Aufgaben bereitstellen, Schüler können diese lösen. Dabei ist es egal, welches Geschlecht, welche Herkunft und welche religiöse oder sexuelle Orientierung der Schüler hat. Es ist sogar unwichtig, wie alt man ist. Jeder kann sich auf der Seite registrieren und Punkte in den dazugehörigen Fächern sammeln, Aufgaben stellen oder kontrollieren. Für den Schüler hat dies mehrere Vorteile. Durch das Absolvieren von Aufgaben sammelt er Punkte und kann sich so seine Zertifikate verdienen. Er ist somit nur abhängig von seinen eigenen Fähigkeiten und kann eventuell schon zu Schulzeiten seine Universitätsausbildung beginnen und sich beweisen. Ist ein Schüler beim Kontrollieren von nicht automatisierbaren Aufgaben engagiert, so erhält er Community-Punkte, welche ihm wertvolle soziale Talente und Fähigkeiten per Zertifikat beweisen. Diese sind bei Firmen und Ausbildern momentan besonders gefragt. Die Entwicklerinnen und Entwickler haben in Teams zusammengearbeitet und die Plattformen von Grund auf neu entwickelt. Das Design-Team entwarf Grafiken, das Frontend-Team hat mit React eine interaktive Plattform geschaffen, während ein Schnittstellen-Team die Dokumentation entwarf und im Backend die Teams Task, User und Report an unabhängigen und skalierbaren Microservices gearbeitet haben. Zudem hat ein Team die Organisation und das Deployment geregelt und zwischen den Teams Fragen geklärt. Abschließend möchte ich mich bedanken bei dem Team von Wir vs. Virus für diese innovative und spontane Idee für den Hackathon, bei meinen Zuschauern für die jahrelange Unterstützung und das Interesse, welches niemals versiegt. Und ganz speziell möchte ich mich jedoch bei meinem Team bedanken. Ihr habt innerhalb von 48 Stunden entwickelt, was ganz Deutschland jahrelang mit Millionen von Euros nicht geschafft hat und das sogar völlig gratis und sogar noch besser. Danke. Kleine Anmerkung hier, das öffentliche Voting wird über die Likes auf diesem Video entschieden. Das heißt, wir würden uns alle sehr freuen, wenn ihr uns den berühmten Daumen nach oben gebt, sodass unser Projekt nicht nur weitergeführt werden kann, sondern auch die nötige Aufmerksamkeit erhält, um zu wachsen. Danke.